Moin Leute und herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind hier gerade mit unserem Pferd jetzt und wir gehen jetzt gerade gleich ums Feld. Hier ist Mayra mit Kasi und Pilda mit Toffee das erste Mal ums Feld. Ums Feld. Und ich bin nicht mit Vicky, sondern ich bin mit Halli. Mein altes Pferd. Oh, oh, okay. Okay, genau, es gibt heute ein, zwei Tage Vlog, weil ich übernachte bei Tilda. Nur Mayra kommt anscheinend nicht mit. Übernachtet nicht mit? Ja. Genau, wir gehen jetzt gleich ums Feld. Hier immer vorne, weil sie ist sehr schnell. Und die beiden sind dann zusammen. Und jetzt sind wir ums Feld. Also jetzt gehen wir ums Feld. So sieht es hier aus. Richtig cool. Nett, Leute, wie geht es so? So gut? Super, super. Ja. Wir sind jetzt fertig mit ums Feld gehen. Und jetzt machen wir die Pferde gerade fertig. Tilda hat schon Toffee gemacht. Also fertig gemacht und in eine Box gebracht. Und man sieht nicht so. Ja, das ist Toffee. Sie macht jetzt gerade netterweise Honey fertig. Und John, süße Mausi, geht in den Stall. Ja. Tut 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 tut. Tick, tick. Wir sind jetzt auf der Suche nach Edda. Wir finden sie nicht. Also, Punkt. Ich war schon mit den Fahrrädern unterwegs. Ich mit dem E-Bike. Und sie mit dem komischen Fahrrad. Was schon kommend tot ist. Und wir sind jetzt auf der Suche. Genau. Wir finden sie nicht. Wahrscheinlich auf dem Wiesn. Ach, geil. Ich bin hier auch mit halb angezogenen Schuhen. Ja. Lass mal ein bisschen ins Feld reingehen und schauen. Zwischenzustand. Ich fahre jetzt zur Hauptstraße. Und wir haben sie immer noch nicht gefunden. Tilda ist gerade noch beim Feld. Und ich fahre jetzt zur Hauptstraße. Ja. Das ist der Zwischenzustand. Sie ist wieder da. Sie war im Garten vom Nachbarn. Richtig geil. Ich habe jetzt gerade noch ein Eis. Und wir machen jetzt hier noch eine kleine Fahrradtour. Ich darf jetzt das Fahrrad einmal kurz benutzen. Von der Kindschrift. Was ist das? Cool. Foods. Foods. Oh, warum hast du das Geile? Und ich hasse schon aufs Ding. Das ist genau das Geilste. Aber das hat keine weiße Füllung. Oh, ja, okay. Wir machen jetzt eine kleine Fahrradtour im Hof. Weil Adeline gerade noch mistet. Deswegen darf ich einmal noch mal. Aber sie streut schon ein. Das muss ich schnell machen. Wir gehen jetzt nach oben. Bzw. wir sind jetzt gleich oben. Seid ihr ohnehin beim Wachen dürft ihr bei mir? Ja. Wir müssen jetzt Abendessen. Sie ist schon fast fertig mit ihrem Essen. Ich habe es noch nicht mal fertig. Wir sind jetzt im Bett. Und jetzt machen wir nichts mehr. Aber morgen früh reiten wir noch. Genau. Ich reite wieder Honey. Und du reitest? Feier. Yes. Bis morgen. Bis morgen. So, jetzt ist der nächste Tag. Und wir gehen jetzt gleich runter und wüttern noch. Und dann reiten wir noch. Genau. So, wir frühstücken jetzt. Äh, diese Lion Karamell und Schoko Cornflakes oder so. Genau. Tilda ist auch da. Super. Und dann, ähm, bringen wir Pferde raus. Auswittern. Und dann holen wir Honey und Feier. Tilda. Tilda, was machst du da? Ich grühe mich eigentlich. Womit? Ich grühe mich eigentlich. Du seht ja diesen Glow. So, wir holen jetzt die Ferdis raus. Äh, rein. Ja. Raus? Äh, genau. Wir gehen zur alten Halle. Und dann machen wir das. Ja. So, der Flippi Floppy wird jetzt aufgehalfter. Ey, nicht weiter fressen. Ich möchte fressen. Geil. Schopf, was ist jetzt eigentlich? Ja, okay, nein. So, ich muss gleich noch den da aufhäftern. Und ich muss noch Rocki auch noch nehmen. Ich muss zwei fertig nehmen. Ja. Zwei zusammen. Ja. Da müssen wir uns jetzt beeilen, weil, äh, ja. Ich bin jetzt hier bei Oskar. Oskar will sich auch nicht aufhäftern lassen hier. Ach, ich hab nur eine Hand. Deswegen muss ich das jetzt leider ausmachen, aber wieso zeigt die haben? So, ich hab jetzt Oskar hier. Und die Ola kommt da hinten mit den anderen. Und Papa ist grad am Trecker fahren. Ja. Ähm, wir bringen die jetzt raus. Dann sehen wir es gleich wieder. Wir haben die Färde jetzt gerade rausgebracht. Ja. Da hinten stehen sie. Und jetzt wollen wir den nächsten. Okay. Töter, mach jetzt weiter. Ich hab den Eimer da rein gefallen lassen. Sie hat gesagt, ne? Sie hat gesagt, ich halte es am Ende fest. Dann hat sie einfach losgelassen. Und ich hab dann halt auch losgelassen. Und ich hab dann auch losgelassen, wie die anderen Maulow. Weil sie am Ende festhalten hat. Aber diesmal hat sie nicht festhalten. Und dann muss sie... So, Vicky wurde jetzt geimpft. Sie muss jetzt zwei Tage in der Box stehen. So sieht das aus. Ja, Vicky. Die Arme, die ist hier ganz alleine. Die Pferde müssen wir noch rausbringen. Und dann können wir was schon Honey und Feuer machen. Also, wir sind jetzt bei der alten Halle. Und wir wollen diese alte Halle einfach so mal richtig neu machen. Richtig schön und so. Genau. So, wir sind jetzt fertig mit den Pferden fittern und rausbringen. Jetzt sind wir grad noch oben. Aber wir gehen jetzt nach unten und reiten. So, ich musste jetzt Vicky's Box. Ähm, und dann reite ich. Tilka-Reise anscheinend doch nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt alleine. Genau. So, ich hab jetzt vergessen, ein bisschen mitzufilmen. Aber ich sitze jetzt drauf. Ähm, auf der süßen Honey. Genau. Und, ja. Ich reite jetzt ein bisschen. Ja, das war's sonst. Ja. Bis später. So, ich bin jetzt fertig. Ich hab jetzt hier noch so einen kleinen Stall gemacht. Daran hab ich jetzt aber keine Aufnahme. Genau. So, ähm, ich bin jetzt schon zu Hause. Ich bin jetzt fertig mit Honey und so. Und, genau. Das war's jetzt mit diesem Zwei-Tage-Vlog. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gern ein Abo da. Und, genau. Ciao. Ciao. Boah.